. Hallo und guten Abend. Das ist uns allen klar. Miteinander lernen heißt auch voneinander lernen. Dieses Motto hat man an der Volkshochschule in Schwetzingen in die Tat umgesetzt. Dort werden Kurse angeboten, die Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam besuchen können. Achtung Mensch bedeutet für mich, alle zusammen. Mein Name ist Patrick Lenz. Ich komme aus Schwetzingen. Alter, sieben Jahre. Unvergeben. Eine Information über so Volkshochschulprogramme. Malen. Ich kenne mich mit Acrylfarmen aus. Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung. Das ist schon mal gut. Ein selbstverständlicher Umgang von Menschen mit und ohne Behinderung. Dafür setzt sich die Aktion Mensch ein. Und Sie machen es mit Ihrem Los möglich. Hier sind die Hauptgewinner der Woche. Der Supergewinn in Höhe von 2 Millionen Euro geht an die Losendziffern 0133682. Der Geldgewinn geht an die 0129127. Die Gewinnzahl für das Traumhaus lautet 9061850. Das Haushaltsgeld geht an die 6118628. Die Gewinnzahlen für die Sofortrente lauten 2128474 und 8890870. Allen Gewinnern einen herzlichen Glückwunsch. Und auch Sie können bald zu den Gewinnern zählen. Mit einem 5 Sterne Los der Aktion Mensch haben Sie die Chance auf 2 Millionen Euro. Lose gibt es bei allen Banken und Sparkassen und unter aktion-mensch.de. Bis nächsten Sonntag. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017